Intelligente Stromnetze, das sind Smart Grits. Weil das aber niemand versteht, erklären wir es so. So einfach ist das. Naja gut, ging jetzt ein bisschen schnell, oder? Also fangen wir mal von vorne an. Das hier, das ist eine Lampe. Sie geht an und wieder aus und wieder an und wieder aus. Wann immer wir es möchten. Damit das funktioniert, setzen unsere kommunalen Unternehmen immer öfter auf erneuerbare Energien. Ob Windkraft, Solarenergie, Biomasse oder Wasserkraftwerke, die Stadtwerke sorgen dafür, dass Strom immer da ist. Auch wenn die Stromernte gerade mal flach fällt, weil die Sonne nicht immer scheint oder der Wind nicht immer bläst. Die Lampe leuchtet trotzdem. Und auch im Haus funktioniert alles wie immer ganz normal. Auch wenn mal länger viel zu viel oder viel zu wenig Strom produziert wird. Im Haus spürt man das nicht. Das klappt, weil Stadtwerke das Netz stabil halten und Schwankungen so im Stromnetz ausgleichen. Und das zukünftig durch sogenannte Smart Grits. Da sind sie wieder, die intelligenten Stromnetze. Rechner verarbeiten die elektronischen Daten über die aktuelle Stromerzeugung und können so Energieverbraucher und Erzeuger steuern. Die Steuerlogik sorgt vor Ort für Balance aus Stromeinspeisung und Entnahme. In einem Haus, einer Straße oder einem Verteilnetz. Das alles sind Smart Grits. Smart Grits, denn der Strom denkt in Zukunft mit. Und das ist intelligent. Smart Grits, denn der Strom ist ein bisschen.